Ich habe euch letztes mal gesagt, ich hätte hier was verkackt und ich glaube, ihr wisst auch schon, was es war. Ihr seid ja kluge Menschen. Ja, ich brauche einen dieser Krüge und ja, die habe ich letztes mal alle zerstört, um nämlich hier. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Egal, wir kommen zurück zum siebten... Zum siebten Part von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Will ich mich jetzt verarschen? Ich darf jetzt nicht runterfallen. Jetzt wird's problematic. Und ich habe den Anfang gerade voll verkackt, weil ich brauche diese Bomben. Ich muss nämlich die Bomben darüber werfen und nicht die Krüge. Und in den Krügen waren Bomben drin. Oh mein Gott. Fail des Jahrtausends zum Beginn des Parts. Oh mein Gott, die kommen überall. So, zack, weg mit euch. Zack, gib mir das Herz. Das kann ich immer geben. Jetzt hat er mich richtig hart in die Mangel genommen. Mehr sage ich dazu nicht. Wer jetzt an irgendwas anderes gedacht hat, der ist ein kleiner, versauter Bursche. So, wir sind oben. Das ist schön. Und hier ist so ein komisches Fisch. Mehr ist hier nicht. Es scheint hier wohl nur so eine Art Verbindung zu sein. Okay. Ah. Gecheckt. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder den Stein im Loch. Um da dann sozusagen weiter zu kommen. Und natürlich habe ich auch heute ein kleines Thema dabei. Falls der Part eben sozusagen nicht so interessant wird. Und zwar möchte ich euch heute, möchte ich euch heute, möchte ich euch heute was über meine, ja, ich habe es im Vlog Transformation genannt, erklären. Oder erzählen. Und zwar, was genau mache ich da jetzt eigentlich? Warum, warum mache ich das? Manche sagen mir immer, hey, du brauchst es doch gar nicht und du siehst, es passt doch schon so alles. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht groß Übergewicht, aber ich habe ein bisschen Übergewicht. Und darunter leide ich in gewisser Weise. Weil, uh, das sieht ja mal interessant aus. Ist das der T-L Dungeon? Weil ich bin momentan der Jüngste meiner Mannschaft. Ähm, also, ich bin Mannschaftsjüngster im Handball. Und halt zudem noch, dass ich Mannschaftsjüngster bin, was halt nicht immer das Geilste ist, ähm, bin ich sozusagen noch, ja, ich sag mal der, nicht gerade der Fitteste. Also ich bin der Einzige in der Mannschaft, der ein bisschen Übergewicht hat. Und es ist halt was, was mich persönlich sehr nervt. Und, uh, Meltas, Miene. Und deswegen möchte ich da eben dagegen vorgehen. Und deswegen mache ich eben auch das, was ich gerade tue. Eben abnehmen und viel trainieren. Eisenerz, ich grabe nach dir. Eisenerz, dich finde ich hier. Er hat hier auf vier gereimt. Eisenerz, ich grabe ganz flott. Eisenerz, ich gehe nicht fort. Das ergibt schon mehr Sinn, mein Freund. So, wer bist du? Dies ist die Miene von Meltau und seinen sieben Schülern. Bist du hier, um dein Shred reparieren zu lassen? Unser Chef ist ganz unten. Ah, und das sieht mir nach dem Weg nach ganz unten aus. Deswegen gehe ich erstmal hier, kann ich hier, nein, ich kann nicht tauschen. Deswegen gehe ich erstmal hier rein und hier ist nichts. Okay. Hier ist nur der Schlafraum. Und da ist auch noch ein Raum. Hier ist die Küche. Okay. Haben die Räume später noch eine Bedeutung? Eisenerz, ach Eisenerz. Eisenerz, das ist es. Da ist es, das herrliche Eisenerz. Wir haben ja alle schon hier miese Skills am Start, würde ich jetzt ja mal sagen. Aber irgendwie überzeugt mich das nicht so ganz. Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Menschen geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich nicht durchlassen. Also Melta, der, der, der Chef hier scheint wohl ordentlich Einfluss zu haben. Oh, der sieht auch ziemlich bosshaft aus. Grüne Kleidung, komische Mütze. Du musst Hybi sein. Hab's vom Ältesten im Wald gehört. Ich heiße Melta und bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden, um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Nicht wahr? Das Schwert der Minish kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minish. Ich helfe der Prinzessin gern. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Ding! Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Gehen zwischen das Element suchen, das sich hier in der Nähe befindet. Mit dort in der Mine. Sie wurde vor langer Zeit von dem Menschen geschaffen. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Oh, Hybi, die schaffen das auch ohne uns. Wir suchen inzwischen nach dem Element. Wow. Also, sie schmieden jetzt das Erz. Äh, das Erz, das Schwert. Was? Du willst die Mine? Na gut. Und die Erlaubnis zum Chef hast? Bitteschön. Aber pass auf dich auf. Danke, Kollege. Weißt du, ich habe nämlich noch was Wichtiges vor. Ah, danke, da komme ich nicht hin. Deswegen werde ich mich erstmal größer machen. Ich hoffe, dass wir in dem Dungeon jetzt vielleicht mal was hier zu diesen Sachen finden, ne? Zu diesen Träger der Heiligen Macht. Äh, weil hier dauert, ich habe, ich weiß, ich kann mich nicht artikulieren. Ich kann mir vorstellen, dass es sich hier um Teleporter handelt, weil die so über die Map verteilt sind und dieses Luft und vielleicht kann man hier irgendwie fliegen. Aber, wie? Keine Ahnung. Oh, hier drin ist es noch heißer. Lass uns schnell das Element finden und diesen höllischen Ort verlassen. Los, Kind. Zacki, zack. Okay. Lass mal hier die Herzen nehmen. Die kann ich gut gebrauchen. So, wir haben direkt mal zwei Wege. Ich nehme an, wir haben noch keine Karte. Es gibt... Wow. Drei Untergeschoss und Zertgeschoss. Naja, gehen wir erstmal nach rechts und schauen, was hier ist. Ähm, aua. Oh, ah, ich check schon. Ich check schon. Moment. Moment, 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 Moment. Das machen wir ganz einfach. Bumm. So, und ich noch? Weg. Immer aufpassen. So, sehr gut. Hier gibt es was zum Sprengen. Das Ganze sieht wirklich schön aus, muss man sagen. Also, man hat hier wirklich das Gefühl, in der Mine zu sein. Und diesen ganzen Holzstreben an der Seite und diesen vielen kleinen Räumen. Das sieht schon ziemlich schnieke aus. Oh, ich sag schon wieder schnieke. Ziemlich cool aus. Gegen den Stachelpanzernutzer steht nichts. Du musst ihn umdrehen. Ah, das dachte ich mir schon. Weil im Zelda für den Game Boy... Ich weiß nicht, was ist der Color, glaube ich. Auf jeden Fall Link's Awakening. Da gab es dieselben Gegner, die man auch mit dem Schild umdrehen musste. Deswegen wusste ich das. Oh, wir haben den Kompass erhalten. Du siehst da, wo sich interessante Dinge befinden. Irgendwas auf der Karte. Aber du kennst es ja bereits. So. Ah, und da wären wir rausgekommen, wenn wir nach oben gegangen wären. Wow, wow, wow. Das ist so ein Viech, was mir Rubine stehlt. Wenn es mich einsaugt. Aber nicht mit mir. Ich habe einen Menschen hier. 280. Und der liebe... Ich glaube, Lasse war es. Ich würde jetzt nichts Falsches sagen. Ich sage mal einfach, ein User. Der gemeint ist, weiß es schon. Aber ich glaube, es war Lasse. Ich habe mir gesagt, dass ich mir, nachdem ich mir den Geldbeutel für 300 Rubine gekauft habe, im selben Shop noch einen Boomerang kaufen kann. Und das werde ich natürlich sofort machen, sobald ich wieder nach Hyrule komme. Das ist sehr nett von dir, dass du mir das gesagt hast. Ich liebe es ja, mit den Leuten in den Kommentaren zu spielen. Und es freut mich, dass du da so aktiv dabei bist. Vielleicht können wir uns auch gegenseitig den einen oder anderen Tipp geben. Vielleicht finde ich was im Let's Play, was du noch nicht kennst. Oder eben, du sagst mir was, was ich noch nicht kenne. Das ist richtig cool. Und Leute, es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch locker alles nachzocken, was ich gerade mache. Oder ihr googelt einfach. Oder ihr bringt einfach so Grundwissen über das Spiel mit. Ich weiß ja nicht, welche Beziehung ihr zu dem Spiel habt. Aber ich habe kein Problem damit, wenn ihr mir irgendwelche Sachen... Also, ich sag mal, Fundorte von Sachen spoilert. Also, ihr könnt Story spoilern, fände ich uncool. Aber einfach so nebensichtliche Sachen, wo ich vielleicht nicht drauf kommen würde. Da habe ich kein Problem damit, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt. Vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen. Wie? Was ist denn? Hast du da Angst? Ach nein, das glaube ich nicht. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Los jetzt! Was? Link hat Angst, das glaube ich nicht. Boah! Das eskaliert voll! Was war das? Was guckst du so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich. Da laufe ich lieber selbst. Ja, du und Laufen. Wissen wir, wie das läuft. Entschuldigung, ich muss gleich husten. Okay, hat sich erledigt. Ich habe mich wieder in den Griff bekommen. Kann ich die eigentlich einsaugen? Ja, voll geil. Da kann ich mir selber ein Geschütz bauen. Oh, da brauche ich sogar eine Bombe. Aber ich muss in die andere Richtung einsaugen. Ach, verdammt. Nein, nehme ich halt eine von meinen 30 Bomben, die ich mir im letzten Part erweitert habe. Also die Kapazität. Das war auch cool, dass wir die Feder gefunden haben. Das hat mich sehr gefreut. Und ich liebe es, solche wichtigen Geheimnisse selber zu finden. Weil das ist einfach sehr cool. Welche, die dir im Spiel wirklich was bringen. Jetzt nicht nur so eine Biene oder so, sondern halt, wie gesagt, jetzt mal eine Bombenkapazität oder so. Das finde ich so cool, sowas selber zu finden. So, du sagst mich nicht mehr ein, Freundchen. Ich haue jetzt einfach kurz hier gegen die Wand. Und dann sauge ich dir kurz alles ab, was du hast. Und dann schieße ich dich hier in die Tür rein. Oh, und wir bekommen einen Minishporter. Na, sowas. Hier ist ja ein Portal verborgen. Wenn ich dich schrumpfen lassen soll, erstell ich drauf drücke R. Ach, you don't say. Wenn ich mich schrumpfen lassen will, muss ich R drücken auf dem Portal. Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Ab und zu öffnen sich nun neue Wege. Kann ich auch als Minish denen was tun? Nein, ich kann mein Schild gar nicht zücken. Okay, ich kann jetzt nach rechts, nach oben. Ich werde erstmal wieder den Weg nach rechts wählen. Und das scheint gar keine so falsche Entscheidung gewesen zu sein. Ein Herzteil. Was ich erst klein, wenn ich einsammeln kann. Okay, es gibt in diesen Dungeon ein Herzteil. Das ist gut zu wissen, weil das brauche ich. Das will ich haben. Oh, und zieh meine Hand. Was ist denn hier los? Ich will mich wieder groß machen. Ich kann jetzt ja alles schön anschauen, aber ich finde nichts. Ah, da ist einer. Da ist ein Porter. Sehr gut. So, ich gehe mal an. Die Flammen mache ich mit dem Krug aus, oder? Ja, die Flammen mache ich mit dem Krug aus. Boom. Aua. Sag, verzieht euch. So, ich werde nochmal kurz nach oben gehen und mir da die große Truhe holen. Das ist wahrscheinlich die Karte, schätze ich. Woo, Dungeon-Karte erhalten. Na, dann schauen wir sie uns doch direkt mal an. Womit haben wir es hier zu tun? Wow. Der ist gar nicht so klein. Aber oben gibt es nicht viel. Oben ist wirklich nur so ein kleiner Raum. Hier im ersten und zweiten Geschoss. Da spielt sich alles ab. Und da drüben ist noch eine Truhe, sehe ich. Ah, die da. Genau. Okay. Wow, die brechen. Da muss ich schnell drüber. Und ein blaues Glücksack, Mensch. Sehr gut. Oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Ach nein. You don't say, du intelligenter Hut. Oh, ich glaube, da muss ich intelligent vorgehen. So, die unteren auch weg, dass ich gleich weiter kann. Und hier rüber. Zack, 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 zack. Sehr gut gelöst. Bisher kommen wir nicht schlecht durch den Dungeon. What? Die bricht doch ein. Oh, aber es reicht. Oh, was ist denn das denn? Kann ich die hochheben? Ja, die kann ich hochheben. Kann ich die da reinwerfen? Ah, ich kann die bestimmt da rein schieben, oder? Nein, kann ich nicht. Ah, so läuft das Ganze. Okay. Bringt mir das irgendwas? Ich will es einfach mal machen. Hier mit dir. Ah, nee, ist schon automatisch reingefallen. Oh je. So, hier. Einfach zack, reinhüpfen und wieder raus. Sehr gut. Och, ich bin ein Retard. Ich bin einfach ein Retard. Kann ich die da irgendwie wieder rausholen? Bitte. Ich will die Kiste haben. Und hier oben fehlen mir auch noch welche. Okay, ich hoffe, der Wirbelsturm bringt mich jetzt hier irgendwie weiter. Ich glaube, ich hoffe, der zeigt mit... Ah, nee, es ist ein Rückweg. Ah, sie rechnen schon damit, dass der Spieler hier fehlt. Deswegen lassen sie einen den Screen verlassen. Ähm, dass man hier sozusagen diese Schneckenviecher wieder spawnen kann. Ja, ja, das Spiel denkt mit. Und es rechnet sich schon aus, dass der Spieler nicht so gut ist. Nein, aber das kann man ja eigentlich auch nicht riechen. Und ich bin ja immer schon froh, dass ich drauf gekommen bin, wie das Ganze hier funktioniert. So, zack. Einmal hier rein. Was haben wir hier? Einen großen Rubin. Ja, der bringt mir jetzt nicht so viel. So, zack. Der ist direkt reingefallen. Sehr gut. Gut, die kurz weg. Den kurz boxen. Hochheben. Und dann hier oben reinpacken. Was auch immer das bringt. Hier geht es nicht lang. Ähm, was kann ich denn hier schieben? Das auch nicht. Das auch nicht. Ah, da komme ich von woanders, glaube ich. Moment mal. Ich habe eine Idee, wie es hier weitergeht. Das war vorhin gar kein Rückweg. Ich habe ihn natürlich trotzdem genommen, weil ich die Kiste haben wollte. Aber ich glaube, der Wind reicht locker, um hier rüber zu fliegen, oder? Jawohl! Es reicht! Und wir bekommen... Ja, wir kommen dann nicht so ganz weiter. Wie komme ich denn nach da oben? Ich glaube, da werden wir noch früh genug rausfinden, was es damit auf sich hat. Oh, sehr schön. Es ist nicht mehr so neblig. Aber habe ich jetzt irgendwie groß was erreicht? Nicht so ganz, oder? Um genau zu sein, habe ich doch nichts, oder? Ich muss nochmal zurück. Ich muss auf jeden Fall nochmal zurück, weil mir... Ich bin doch einmal, als ich... Irgendwo bin ich mal nach rechts gegangen, wo ich auch nach oben hätte gehen können, oder? Irre ich mich da? Nein, tue ich nicht. Irgendwo bin ich mal nach rechts gegangen, wo ich auch nach oben hätte gehen können. Und das möchte ich jetzt tun, weil das ist ein Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Also, ja, genau hier. Hier kann man auch nach oben gehen. Und das will ich mir jetzt anschauen. So, viel dazu. Oh, verdammt! Aber da gab es keinen Schlüssel, oder? Oder habe ich es verkackt, irgendwie an die Truhe hinzukommen? Oder hätte ich an die... Hätte ich an die Truhe schon kommen können? Habe ich etwa versagt? Na, das finden wir doch gleich mal raus. So, jetzt sind wir wieder in diesem heißen Raum. Genau. So, äh... Warte, aber da drüben muss ich runterhüpfen. Okay. Man kann als Minish Link nicht Treppen laufen. Aber man kann aus riesigen Höhen runterspringen, die erst kleiner Link nochmal viel größer sind. Okay, seems legit. Und ich hätte diese Kiste einfach mitnehmen sollen. Oh, ist so ärgerlich. So, sehr schön. Jetzt haben wir alle vier Krüge auf einmal bekommen. Und jetzt sollte es weitergehen. Weil ich will wissen, wie ich hier weiterkomme. Ich kann es ja da hochfliegen, aber... Ich glaube, ich muss auch da hoch, weil es da zur Kiste geht, oder? Bitte, lass es so sein, weil ansonsten bin ich ratlos. Ähm, so hier. Zack. Zack, zack. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Was ist... Ah, ich habe hier... Ja, Hashtag Retard ist wieder... Ich bin wieder nicht an die Kiste ran. Okay. Lassen wir das. Schauen wir uns lieber an, wie wir weiterkommen. Hier kann ich nach drüben. Da bin ich jetzt in einem Raum, der nicht verzeichnet ist, oder? Ja, genau. Doch, der ist verzeichnet. Ich kann mich hier auch klein machen. Aber ich gehe einfach mal unten lang. Sofern das geht. Ja, das geht. Das sieht man doch gerne. Aber ich glaube, ich werde jetzt an den Krügen scheitern, weil es sind da nicht drei... Ja, da sind drei Krüge. Oh Mann, Leute. Ich bin gerade echt ein bisschen aufgeschmissen. Irgendwas habe ich übersehen. Also entweder komme ich an die Truhe hin und das habe ich vercheckt. Äh, oder... Naja, nicht nix oder. Ich weiß es nicht. Aua. Doch, ich muss an die Truhe da oben hinkommen. Eine andere Möglichkeit weiß ich gerade nicht. Bomben kann ich als kleiner Link auch nicht legen. Oder? Oder geht das? Okay. Selbst wenn, ich könnte mich über die Schienen... Nee, Bomben kann ich auch nicht legen. Ich habe es gerade getestet. Was habe ich übersehen? Was gibt es in diesem Raum, was für mich von Interesse sein könnte? Und was habe ich übersehen? Das Einzige, was wirklich in meinem Kopf gerade drin ist, ist... Wie komme ich an die Kiste da oben? Weil, wie gesagt, also... Was anderes weiß ich nicht. Das Ganze ist ja momentan noch sehr linear. Alles aufgebaut. Und alles führt einfach zu dieser Kiste. Und... Ja. Diese Kiste will ich haben! Dö, 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 zack. Hier vorbei. Da einmal draufschlagen. Ähm, dann rein da, zurück, die kurz weg, die kurz weg. So, dann den Wind nehmen. Darüber segeln. Und dann irgendwie versuchen, an diese Kiste zu kommen. Weil, ich denke mal, da wird ein kleiner Schlüssel drin sein. Und dann geht es hier auch weiter. Einen anderen Weg weiß ich nicht. Weil es noch einen anderen Weg gibt, bin ich halt ein bisschen zu retardet. So. Ach. Ah. Ah, ich kann es auch ziehen. Sehr gut. Okay, kapiert. Ich kann das Ganze schieben. Das kann ich jetzt da vorne ins Loch schieben. Und dann komme ich an die Kiste. Ah. Oh mein Gott. Ich dachte, das würde auf einem Podest stehen, was man nicht verschieben kann. Und da ist tatsächlich der kleine Schlüssel. Sehr schön. Und mit diesem Schlüssel können wir jetzt zurückfahren. Und dort die Kiste öffnen. Also. Dann haben wir das Ganze doch noch geschafft. Ich habe jetzt ein bisschen gefailt. Ähm. Macht nichts. Also, beim nächsten Mal werden wir dann diese Tür öffnen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein.